Rennspiel-Kenner werden bei diesem Logo hellhörig. Polyphony Digital, bekannt für die grandiose Rennsimulationsserie Gran Turismo. Hier sind wir nun mit der Vorab-Demo zu Gran Turismo 5 GTHD unterwegs. Unser Rennspiel-Experte Stefan hat sich eigens hierfür das Lenkrad geschnappt und ist mit Ferrari Celica Unco über die eigene Nordwand gebrettert. Seine Drift- und Bleifußkünste könnt ihr also in diesem Special bewundern. Viel Spaß dabei! W terceinem Januar Salta W W W W W W W WDR mediagroup GmbH 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020